dp audiobooks präsentiert mordesstund hat gold im mund ein küsten krimi teil 2 der mord an der nordsee reihe geschrieben von annie de fries gelesen von henrique tönnes wir wünschen viel freude beim hören prolog es war eine dunkle und stürmische nacht murmelte der mann und musste leise über seine bemerkung lachen es war tatsächlich eine dunkle und stürmische nacht und das war ganz nach seinem geschmack bei diesem sturm gingen um mitternacht allenfalls die leute aus dem haus die noch den hund ausführen mussten und selbst die beeilten sich wieder nach drinnen zu kommen selbst die hunde hatten keine lust sich länger als unbedingt nötig im freien aufzuhalten damit war das risiko von jemandem gesehen zu werden äußerst gering und selbst wenn wäre es ziemlich egal gewesen da er so dick eingepackt war dass niemand ihn hätte genauer beschreiben können er war allenfalls ein mann um die 1 80 in dunkler kleidung der eine kapuze über den kopf gezogen und sich einen schal vor mund und nase gebunden hatte sein wagen parkte so weit entfernt dass er mit dem fahrrad hatte her kommen müssen und alles nur damit niemand auf die idee kam sich das kennzeichen zu notieren das rad hatte er noch vor den ersten häusern am rand von sölderdeik in ein gebüsch geschoben wo es keinem auffallen konnte den rest des weges war er zu fuß gegangen für die strecke hin und zurück würde er wohl um die 20 minuten benötigen und ganz sicher würde in dieser zeit niemand das fahrrad bemerken auf dem marktplatz angekommen sah er sich kurzum die straßenlaternen sorgten für wenig licht so dass jemand der sich möglichst nur in den schatten am rand bewegte kaum gefahr lief gesehen zu werden die lokale auf der linken straßenseite waren alle so gut wie dunkel die leucht reklamen hatten die inhaber ausgemacht in dem einen oder anderen restaurant brannte eine art notbeleuchtung er wechselte die straßenseite und bog auf den marktplatz ein zu seiner rechten befand sich die kirche als er um das alte gebäude herum ging entdeckte er die frau sofort obwohl sie sich vom lichtschein der beiden straßenlampen fern hielt jeder andere hätte sie übersehen aber ihm fiel sie auf weil er wusste dass sie da sein würde zielstrebig ging er auf sie zu haben sie es fragte die frau ohne vorrede als er vor ihr stehen blieb nur die lampen links und rechts sorgten für ein wenig licht aber es genügte um zu erkennen dass sie diejenige war mit der er verabredet war selbstverständlich habe ich es erwiderte er und griff in seine jackentasche sehr gut begann sie kam aber nicht mehr weiter weil der mann ihr das mitgebrachte küchenmesser mit einem gezielten stich ins herz jagte die frau sah ihn mit aufgerissenen augen an bekam aber keinen ton mehr heraus als sie leicht zu wanken begann packte er sie unter den armen und schob sie ein stück weit nach hinten um sie auf die bank zu setzen er drückte sie gegen die rückenlehne bis sie stabil dort saß dann kippte ihr kopf nach vorn während das messer aus ihrer brust ragte der mann durchsuchte ihre jackentasche dann stieß er auf das zweite handy zu dem er sie überredet hatte damit bei keinem von ihnen auf dem regulären telefon eine womöglich verräterische nummer auftauchte beruhigt steckte er es ein und sah auf seine armbanduhr sieben minuten nach mitternacht lautlos zählte er mit bei null angekommen gingen die straßenlampen rund um die kirche und auf dem marktplatz aus alles war exakt so wie am abend zuvor als er sich diese stelle ausgesucht hatte es war ein purer glücksfall gewesen dass er hier genau um kurz nach mitternacht hergekommen war und augenblicke später diese lampen hier erloschen waren auf die nachtschaltung der straßenbeleuchtung von söderdeig war offenbar verlass im schutz der dunkelheit verließ er den marktplatz und machte sich auf den rückweg erstes kapitel bist du aus dem bett gefallen reiner der großgewachsene grauhaarige mann mit vollbart und pferdeschwanz war offenbar zielstrebig auf dem weg zu dem tisch im speisesaal an dem er am abend gesessen und irgendeinen umfangreichen text bearbeitet hatte zu dem er sich nicht weiter geäußert hatte verdutzt drehte er sich um und sah zur empfangstheke wo jenny stand und eine handvoll belege sortierte sie winkte ihm zu vor sich durch ihre blonden locken und musste dann von herzen gähnen du etwa nicht konterte er amüsiert das in deiner küche morgens um die zeit hektik herrscht weiß ich ja aber üblicherweise überlässt du diese arbeiten deinen angestellten oh die lasse ich da hinten auch in ruhe arbeiten versicherte sie ihm da will ich niemandem in die quere kommen aber du hast meine frage noch nicht beantwortet ich suche nach meinem kugelschreiber sagte er und schaltete die taschenlampe seines handys ein um unter den tisch zu leuchten sonntagmorgen um halb sieben wenn ich bis um acht uhr warte wird er womöglich von einem anderen gast entdeckt der ihn einsteckt weil er ihn für einen werbekulie hält erklärte er was er aber nicht ist folgerte jenny richtig der hier ist ein kleines meisterwerk ein geschenk vom set designer einer meiner filme reiner ging neben dem tisch in die hocke und zog einen der stühle nach hinten ach da ist er ja rief er erleichtert nahm den stift an sich und ging zu jenny siehst du der ist mit einem ganz feinen knochenmuster verziert alles handarbeit also ein echtes einzelstück jenny nahm den kugelschreiber und betrachtete ihn ganz genau von allen seiten das sieht grandios aus aber warum ausgerechnet knochen ein horrorfilm reiner schüttelte den kopf ein piratenfilm ah wegen der piratenflagge sagte sie und nickte richtig und warum machst du am sonntagmorgen um halb sieben deine buchhaltung gab er zurück und deutete auf die belege die sie in der hand hielt ich nutze nur die wartezeit sinnvoll sagte jenny die wartezeit darf ich fragen worauf du wartest darfst du entgegnete sie grinsend und ich werde es dir sogar sagen ohne dass du mich extra danach fragen musst ich habe dich doch gerade wollte er protestieren sagte dann aber stimmt ich hatte ja nur gefragt ob ich dich fragen darf er nickte nachdenklich ich habe dir doch von meiner freundin babette kramers erzählt die letzten monat von groningen hierher nach sölderdeik umgezogen ist sagte jenny schließlich ah ja die sagenumwobene freundin die ich noch immer nicht kennengelernt habe und die die du aber in den nächsten sekunden kennenlernen wirst weil sie gleich zur tür hereinspaziert kommt sagte jenny kannst du hell sehen fragte reiner nein aber ich kann sie sehen antwortete sie der spiegel schräg hinter dir zeigt mir nämlich wer das haus betritt auch wenn ich gerade mit dem rücken zur tür stehe beide drehten sich um als die tür aufging und eine zierliche frau herein kam die einen regen und windabweisenden jogginganzug trug mit ihrer wallenden roten mähne hätte sie wahrscheinlich auch ohne vorsprechen eine hauptrolle in dem musical her bekommen obwohl ihr strahlendes lächeln gepaart mit einem hauch von sommersprossen vielleicht schon genügt hätte du bist ja tatsächlich schon wach rief babette ihr zu ich dachte ich müsste dich erst noch persönlich wach rütteln sie lächelte reiner an will da jemand erster in der schlange vor dem frühstücksbuffet sein fragte sie und zwinkerte ihm zu babette darf ich dir vorstellen ging jenny dazwischen das ist reiner trompeter ein freund der familie der schon in westkapelle zu unseren stammgästen gehörte hallo reiner der name klingt deutsch ist er auch reiner das ist babette kramers meine freundin seit der grundschule redete jenny weiter nach ihrer hochzeit haben sich unsere wege für ein paar jahre getrennt weil sie nach groningen gezogen ist wo ihr mann als ingenieur gearbeitet hat wurde er versetzt erkundigte sich reiner nein da oben wird so nach und nach alles geschlossen weil wegen der erdbebengefahr kein gas mehr gefördert wird erklärte babette erdbeben die nördlichen provinzen sind doch gar keine erdbebenregion dass man deswegen die gasförderung einstellen müsste oder irre ich mich fragte er verwundert nein nein die erdbeben sind durch die gasförderung ausgelöst worden stellte babette richtig wir konnten zum glück unser haus zu einem guten preis verkaufen weil irgendein unternehmen sich da ansiedeln will und jeden quadratmeter fläche braucht den man irgendwie ergattern kann für unser haus hätten wir keine fünf euro mehr bekommen da war alles voller risse und ich weiß nicht wie lange das noch gehalten hätte dann ergab sich ein job im hafen in rotterdam und weil das nicht weit weg ist habe ich gesagt dass wir nach söderdeik ziehen sollten dann habe ich wenigstens meine beste freundin wieder tja und da bin ich sie machte eine triumphierende geste dann hast du früher auch in westkapelle gewohnt fragte reiner verwundert ich kann mich nicht daran erinnern dich da gesehen zu haben du meinst weil ich dir garantiert aufgefallen wäre konterte sie grinsend und deutete auf ihre rote mähne reiner musste lächeln wenn du die haare schon immer so getragen hast dann wäre das sicher der fall gewesen stimmte er ihr zu das wundert mich sagte babette wir haben damals zwar in melis kerke gewohnt aber weil meine eltern beide gearbeitet haben bin ich nach der schule immer mit zu jennys eltern gegangen das ist seltsam ich glaube so seltsam ist das nicht meldete sich wieder jenny nachdenklich zu wort reiner war immer nur während der ferien hier und du warst während der ferien mit deinen eltern bei deiner tante in spanien ihr seid euch früher sehr wahrscheinlich nie begegnet ach übrigens